Und schon haben wir schon 18 Uhr. Mann, 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 Mann. Die Zeit, die rast hier vielleicht. Aber so gemeint ist aus, will ich jetzt noch eben. Hallo. Schnell, 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 schnell. Lauf, Faust, lauf. Redo, nicht Faust. Lauf, 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 lauf. So, hier war ja, glaube ich, jetzt hier irgendwie nach oben und dann da nach rechts irgendwie so. So, hier dran vorbei. Hier rauf, dann rechts. So. Ne, wir sind zu weit. Wir hätten eine höher gemusst. Verdammt, jetzt verlaufe ich mich jetzt auch noch. Ist schon so spät. Nee, nee, nee. Nicht gut. Vielleicht noch ein paar Bären. Da, da ist noch eine Bäre. Zack. Und dann wollten wir hier rein. Ah, noch mehr Bären. Bären, Bären, Bären. Haben wir schon 29 davon. Das ist voll nicht verkehrt. So, jetzt muss ich, glaube ich... Oh, da haben wir einen. Nee, das war das Fischdingel. Ich muss nach links. Hier hoch. So, da muss ich hin. Zack. Dann nutzen wir hier einmal, äh... Was ist die Nagel? Da. Kartoffel. Da. Kann ich eigentlich nicht... Ja, macht ja, aber... Bühne komplett. Verlohnung. Was haben wir jetzt hier? Geschwindwachs stimuliert die Blätterproduktion. Steigert die Wachstumsrate einer Pflanze. Garantiert um 10% in das bestellte Feld mischen. Coole Sache. Aber ich glaube, das lohnt sich jetzt erstmal nicht mehr. So. Und da haben wir wieder was. Wir schalten anscheinend auch wieder was anderes frei. Gut, das sieht mir so nach, ähm... Erz und so'n Kram aus. Und hier der kleine, gute Freund, der bringt wieder unsere Geschenke, unseren Tribut in die kleine Hütte. So. Dann schauen wir doch mal, was die hier haben wollen. Ich weiß ja, die wollen da erstmal so Ärzte oder sowas haben. Das würde hier zu ihm jetzt ein bisschen passen. Upsala. Tatsächlich, haha. Oh, was haben wir denn hier als Solaressenz? Oh. Oh. Fledermausflügel. Irgendwelche... Dingens... Quaße... Sonstiges. Jo. Können wir... Wieder zurück. Oh, wir müssen... Uns sputen. Mann, da ging aber auch die Zeit jetzt rum hier, ne? Oh, da passiert was. Ich suchte den Hüll. Was muss ich denn nach Essen? Bäh, die Waschbär sind wohl wieder unterwegs, diese Sträuchel. Ah, du kommst gerade rechtzeitig, Junge. Könntest du einem alten Mann einen Gefallen tun? Könntest du um die Ecke gehen und diese Waschbären für mich verjagen? Sie haben ein ganz schönes Durcheinander verursacht. Danke und jag ihnen einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie wieder zurückkommen. Der Yeti-Mann. Ich war's. Tut mir leid. Ich habe eine Menge frisches und noch warmes Essen in dieser Tonne gefunden. Dinge, die verschwindet wären, wenn ich sie nicht nehme. Findest du... Findest du, ich mache mir irgendetwas Schlechtes? Ja, es ist egal. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwinden. Ja, es ist illegal, dass ich... Das ist... Äh, das hier ist gerade privates Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören von anderen zu schmarotzen. Nein. Danke, Frido. Ich wusste, dass du Verständnis zeigst. Ich fühle mich schon gut mit dem, was ich mache. Ich verletze niemanden. Ja, ist doch ein lieber netter Kerl. Du kannst nach Hause gehen. Ich verspreche dir, ich werde nicht mehr in Georgs Tonne rumwühlen. Du kannst ihm sagen, dass du die Waschbären für... Ein für alle Mal verscheucht hast. Ja, Louis. Le... Der Louis, ne? Der nimmt halt die Liebe Tonne. Ich glaube nicht, dass er einfach, weil er so arm ist, das macht. Warte! Ich weiß, dass du getan hast, Linus. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in Pelikan hungern muss. Ich glaube, von mir ist noch was zu essen willkommen. Hier, ich habe einen Korb voller Zucchini-Puffer für dich. Aber tunke sie auf jeden Fall in eine würzige Marinadensauce. Komm schon, nimm ihn! Jetzt bin ich wieder hier. Verdammt. Warten wir schon viel weiter. Ja, mein Gott. Wenn er das will, soll er davon essen. Tut ja keinem was. Der arme Müller. Wenn er seine Lebenseinstellung so ist, dass er da so rumwildert, also so wild da so lebt, soll er machen. Ich stürze nicht. Eigentlich brauchen wir den ja nicht. Das tun wir mal da rein. Davon will ich mal eine behalten. Oder, ne, ich will fünf behalten. So, keine Ahnung, wie weit wir die ja brauchen hinterher vielleicht. Aber, ein bisschen was aufheben sollten wir. 36 Holz nur. Ja komm, ein bisschen Energie habe ich ja noch. Sprich, ich haue mir noch ein bisschen Holz. So. Ähm, hier. Nein! Oh! Axt! Du bist dann erschöpft. 13. Noch bin ich nicht erschöpft. 7. Nein, jetzt habe ich auch nicht mehr daneben gehauen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Na ja, toll ey. Jetzt muss ich schlafen gehen. Das finde ich echt ätzend. Dann haust du die ganze Zeit daneben. Ja, ins Bett. So, die Bären bringen nicht so viel. Das hätte ich mir wahrscheinlich eher aufheben können. Ja, der wilder Meerrettich, der bringt schon einiges mehr, ne? Also, hier die 24 Stück. 120 ist nicht viel. Na gut. Tag 16 im Frühling Jahr 1. Was klingt eigentlich immer für den Hahn? Ich habe doch gar keinen Hahn. So. Wetternachrichten. Wetterbericht. Willkommen bei K2 5, deine Lieblingsquelle für deine Wetternachrichten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorsage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Ja, endlich mal. Das heißt, ich könnte eigentlich mal ganz gut wieder in den Dingens gehen. Äh, was aber auch mal nicht. So. Gießen. Das Bauerns täglicher Wahnsinn ist das Gießen. So, Post haben wir auch wieder. Wir haben hier eine sehr frieffreundige Gemeinschaft. Warum gießt du jetzt die Gießen-Zeit? Doch, Mann. Das kostet mich doch alles Energie, was du hier verpackst, Mann. Und was ich auch schon alles hier angebaut habe, ne? Ist ja schon richtig viel. Wenn wir das erstmal alles vertickt haben, dann können wir uns ja vielleicht tatsächlich mal hier so eine Hühnerstahl besorgen. So, ich würde gleich nochmal da unten gehen, mir diese Wildfrüchte da holen. Und wenn es dann morgen regnet, dann gehen wir nochmal schön hier in den Bergbau und dann gucken wir, wenn es mal ordentlich Kupfer abstauben. Ich habe mir gedacht, ich gehe immer so streckt runter und nicht mehr das Oven weghauen, weil ich kriege ja immer nur Steine und ich brauche keine Steine. Also zumindest nicht wirklich so viel Steine. Steine habe ich genug. Können wir hinterher nochmal gebrauchen. Aber erstmal ist mein Hauptanliegen etwas ganz anderes. Aber ich hoffe, ich habe überhaupt genug Energie, dass sie als Gießen, ey. Ja, aber. Hier können wir uns ja müß die Regel machen. So, die Gießkanne ist gleich wieder leer. Und da ist sie schon leer. Das ist schon ganz schön schwere Hofarbeit hier. Ich habe mich auch gefragt, ob man hier hinterher mehr Energie haben wird. Das wäre echt nicht verkehrt, ne? Also auch wenn man dann eine große Gießkanne hat oder Sprinkel oder so, wäre es echt nicht verkehrt. Gerade für diesen Bergbau im Winter. Da kann man ja nicht so viel machen. Gehen wechseln oder sowas haben wir hier nicht. Und das wollen wir schon im Winter anbauen. Komm mal her, Rex. So, einmal schön lieben. Hier, da. Da, da. Und da. Hier ist es eigentlich schon fast runter. So, ich wollte eigentlich gucken. Hier. Das sind, glaube ich, Samen. Genau. Ahrensamen. Da ist nochmal Ahrensamen. Wir wollen jetzt hier keine Bäume anpflanzen. Das können wir mal kontrollierter machen. Hä? Ach, dann. Ja. Komm her. Ja. So. Dann. Mal gucken wir jetzt mal nach. Post. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem Haus schön wohl. Ich schreibe dir einen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden etwas Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du ein paar Dutzend Boxen leisten. Ja, drüber kann ich ja selber herstellen. Was soll ich mir dann kaufen? Wieso? Ähm. Kupfer habe ich nicht weg haben. Will ich das hier weg haben? Das hier habe ich klarer. Ne. Spitzhacke nehme ich mal mit, weil ich gleich runtergehen will. Das brauche ich jetzt mal nicht. Die brauche ich auch nicht. Mal ein bisschen Platz schaffen. So. Ähm. Dann nehmen wir. Hap, hap, hap. Drei. Drei von jeden drei. Machen wir da ein bisschen die Regel. Wieso? Hap, hap, hap. Herstellung der Müsriegel. Zack. Okay. Das heißt, ich will jetzt erstmal unten, wie ich gesagt habe. Weil ich ja gucken will, ob ich da, ähm. Zack. Hauen wir uns mal hier so ein bisschen den Weg durch. Wenn ich mal irgendwie hängen bleibe. Wenn ich mal nicht so viel Energie habe, will ich auch trotzdem hier nämlich durchkommen. Zack. Zack. Oh, mal ein bisschen, oh, Kohle haben wir auch gekriegt. Das heißt, wir kriegen auch hier Kohle. Das ist gut zu wissen. Okay. Oh, da sind noch mehr Beeren. Oh, ich kriege wieder Beeren, Beeren, Beeren. Also für dir ein bisschen Knete, ne? Also für dir ein bisschen Knete, ne? Was die Beeren mir geben, ne? Nehme ich die lieber und futter die. 25 Energie. Das gibt natürlich ein bisschen mehr. Aber, ich kann ja auch nicht immer meine ganzen Samen verfuttern. Hä, hä, hä. Hier. Ich muss das mit dem Treffen echt mal mehr üben. So. Vielleicht finden wir hier auch die Axt. Wir müssen immer noch die Axt finden. Aber eigentlich müsste man ja meinen, dass die hier irgendwo in der Nähe ist. Von der Farm. Ist sie aber irgendwie anscheinend nicht. Okay, ähm, das war hier rüber. Dann einmal nach unten. Und dann war hier irgendwo jede Menge Lauch oder irgendwie sowas. Wo war das denn? Wo war das denn? Ich hab's doch gestern hier. Oder, was ist denn? Ist nicht weiter unten. Hm. Da haben wir noch Löwenzahn. Wilder Meerrettich. Noch mehr Beeren. Zack, zack, zack. Wo war das denn, ey? Ne, das war hier nicht. Oder? So, das war ich hier, ne? Ja, noch mehr Beeren. Wie war das hier? War das hier? Ich glaub, wir waren unter diesem Seen, ne? Oh, das sind hier Menge Beeren. Mann, 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 Mann. Oder eine hab ich noch nicht eingesammelt hier, glaub ich gerade. Ja, noch hab ich hier eingesammelt. Scheint. So, ob hier irgendwann noch mal jemand einzieht. Ne, jetzt komm ich hier nicht durch. Da noch mehr Beeren. Das ganze Zeug, ich hab am besten hier so viel Zeug gesehen. Hm, keine Ahnung. Aber solange ich das nicht finde, nehmen wir halt die ganzen Beeren. Das ganze Holz nehmen wir auch immer schön mit. Ja, Gras nehmen wir auch mit. Wenn wir es schon mal kriegen, nehmen wir es auch mit. Ne, hier, hier muss es irgendwo gewesen sein. Ich sag ja, da war irgendwie, das Wasser war irgendwie unten. Äh, über uns, mein ich. Wir waren unterhalb des Wassers. So, Energie ist ein bisschen schwach. Nehme ich hier so ein bisschen Riege. Weil so ein bisschen Riege ist vielleicht besser für die Mine. Weißt du, da brauchen wir mehr davon. Puttern wir mal so eine Beere hier. Ja. So. Noch mehr Beeren. Also, mit dem Stacks, da taut hier auch anscheinend ganz gut hin. Ich verstehe aber immer noch nicht, wo ich diese ganzen Meerrettich oder was das war, gefunden hatte. Äh, Lauch meine ich hier. Da war doch irgendwie so ein ganzer Wusch. Da ist dann vielleicht echt nur ein Tag und dann ist es finite. Das wäre echt ärgerlich. Aber hier ist soweit für mich nichts. Verdammt. Wo war das? Wo ist das? Leider würde ich ja wenig, weniger hier aufräumen als bei mir auf dem Hof. Macht ja eigentlich mehr Sinn, einfach meinen Hof aufzuräumen. Hier räume ich nur das auf, was mir im Weg ist. Um dann halt an den Beeren ranzukommen, vielleicht die Axt von der Dinge zu finden. In der Robin. Also, es war auf jeden Fall nicht bei der Hütte hier. So, hier ist nix. Hier ist nix. Lebt mir vielleicht die Karte weiter? Ne, ich lebe mir sogar nicht weiter. Tja, wo war das nur? Wo war das nur? War ja auf jeden Fall hier auch mit so, so stehig, ne? Ist nix, hier ist nix. Ich rühre nur höhlos, wahllos durch die Gegend. Und die Zeit, die rast mir davon. Tja. 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 Oh, da sind nochmal Beeren. So. Zack. Zack. Oh, hier sind ja richtig viele Beeren. Ah, ne, hier waren die. Hier waren die Dinger. Leider fisch durch. Ich nehme die Beeren. Was ist das denn? Frühlingszwiebel? Das haben wir auch noch nicht. 13 Energie. Verkaufen wir gleich einfach mal nur eine für. Frühlingszwiebel kann man bestimmt auch mit kochen. Ah, hier ist die Kanalisation. Da sind noch mehr Beeren. Das ist nur diese blöde Axt, ey. 250 K. bringt uns die Axt. Alles hier. Du hast etwas gefunden. Verlorene Axt, Robin sucht dich sicher danach. Ja, natürlich sucht ihr danach. Würden wir sagen, gehen wir mal so Richtung Kneipe, da wird die bestimmt anzutreffend sein. Und dann haben wir schon ein bisschen Knete. Na, das hat sich doch mal gelohnt heute. Das guckt euch das an, hier hat so viele Beeren. Ich habe gleich eine Müsli-Riegel gebraucht. Den kann ich gleich richtig, richtig gut in der Höhle Mineralien sammeln. Wobei, natürlich, dass es gar nicht mal so verkehrt ist. Wobei, hm, hier ist noch nichts mehr. Überlegt, die Müsli-Riegel bringen ja alle für sich mehr, ne? Penny, ich gebe heute Vincent und Jess etwas Nachhilfe. Sie können anstrengend sein, aber es ist schön im Leben von anderen sowas zu bewirken. Hm, auch mal die kann man bestimmt heiraten hinterher. Sam, oh hi, schön dich wiederzusehen. Die kann man, glaube ich, bestimmt auch heiraten, oder? Also, ich meine, man kann auch, ähm, Homo-Innen eingehen. Ja, will ich machen. Weil, äh, erstens bin ich keiner, aber zweitens möchte ich eigentlich gerne hier das mit den Kindern und so haben. Von daher sehe ich das jetzt ein bisschen sinnlos. Aber, wie Schmecker so sind, können die natürlich dann auch im Spiel sowas machen. So, ähm, da ist Robin. Ne, das ist halt auch Robin, ne? Ne, das ist Lea. Ja, hallo, Nachbar. Hallo, Lea. Das ist aber wie für dich Robin. Ähm, Eggers, noch eine Runde, bitte. Nix. Ach ja, ne, die, 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 Robin war ja hier von, hey, kann ich bitte mal reden jetzt. Shane. Hey, ist das hier Shane von The Walking Dead, oder wat? Was willst du? Was willst du? Geh bitte. Äh, wobei ich gar nicht weiß, wie Shane geschrieben wird von The Walking Dead, aber... Klingt so, wie der Name geschrieben wird. Ja, verdammt, da ist hier irgendwas, und ich komm da nicht dran, weil ich hab die Taschen voll. Robin, wo bist du? So, das ist hier, ähm, Clint, der Schwied. Wenn du was willst, dass ich dein Werkzeug verbessere, musst du mir schon das richtige Herz bringen. Ja, ich hätte gerne, dass du mein Werkzeug verbessert, weil gerade suche ich Robin. Das ist hier, ähm, eine Runde. So, das ist hier, ähm, dann, wenn du mein Werkzeug beschwunigst,